So, warte mal. Wir haben erstmal Matuidi fertig gemacht, denn wir machen jetzt sechs Spiele dann. Sieht ja gut aus, Matuidi. Ja, wo spielt der denn jetzt? Miami spielt der jetzt? Ist schön krank aus, die Karte. Gehen wir erst erstmal ab und dann gehen wir gleich rein in die Wikileaks. Ich überlege auch die nächste Wikileaks nicht zu spielen und die übernächste, dafür die letzte dann zu spielen. Ich weiß ja nicht. Das ist mein erstes Mikro von damals noch. Ein ganz altes Mikro ist das eigentlich. Uh, Tots. Lala? Den behalte ich glaube ich sogar vielleicht. Lala is not bad. Lala nehme ich mit auf so ein Pack. So, perfekt. Okay. Was machen wir für ein Pack? Toilettenpack? Machen wir ein Toilettenpack wie immer. Ich muss sagen, wir haben viermal Toilettenpack gemacht und dreimal kam was Gutes raus. Wir haben da aus Butrageno gezogen, Campbell und Ferdinand. Und einmal kam glaube ich Klose raus. Eigentlich muss ich Toilettenpack machen einen Tag. Und darauf würde ich sagen, komm, erstmal Fetze auf. Und ich gehe jetzt auf die Toilette und hoffe ich komme als Klose raus. Ah, scheiße! Okay, kommt Jungs. Ist es was Buntes oder was Schlechtes? Ist es etwas Gutes oder Schlechtes? Was ist heute los? Oh mein Gott Shut the fuck up Shut the fuck up Endlich Oh mein Gott, was geil ist, Alter Was ist heute los? Halt's Maul Oh mein Gott, meine beste Ikone, Alter Oh mein Gott Einfach Viera Ich bin's Patrick Viera Alter, wie geil ist das denn? Eigentlich war das richtig krasses gezogen Wie viel ist der? 3 Millionen, glaube ich, ne? Oh mein Gott 3,5 Millionen Scheiße Jetzt kann ich meinen Drive einfach verkaufen Die ersten 6 Spiele Werde ich mit diesem Team spielen Darf ich mal gucken Genau diesen Team Dann wird's sehr ehrenlos Ja, moin, Digga Wieder Glück, ey Der Gegner hat sich schon verdient Nein, das wollte ich gar nicht machen Jawohl Viera, jawohl Komm raus, Bruder, raus Preis-Leistung wäre eigentlich Fortland am besten, aber ich bin ja auch nicht mehr so viele, oder? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Der hat ihn einfach zerstört, der Prinz Und da geht er auch raus, glaube ich jetzt Ah ja Da haben wir auch den ersten ehrenlosen Kappa Nein, ich hab ihn rausgeholt Nein Guck mal, du wirst Manuel verteidigen Egh Begum BOOM! Ey! Was ist das heute wieder für ein Scheiß, Alter? Ja, und jetzt wäre Joghurt am Ende. Weißt du, was ich hier... Ich hör' dich nicht, mein Freund! Ich hör' dich einfach nicht! Ey, was ist heute los? Guck mal, ganz ehrlich. What the fuck is this? Ja! Big! Ja, komm! Ah, das ist sehr lucky, Bro. Wow, das ist ein... Good Ball, Mann, von 3D. Bro, komm! It's over, Mann! Team, solide, aber irgendwie auch langweilig, ne? Jeder hat die selben Spieler gefühlt jetzt immer. Ohohohohohoho! Disgusting! Sorry, Bro. Time to go, oder? Oh mein Gott, wer ist das? Wow, hat er gut gespielt. Lauf, lauf, lauf! Nein! Jawoll! Das ist krass, der Gegner, ey. Nein! Nein, in den Rück... Das war nicht! Das war nicht! Mann, Elfmeter schießen, ey. Das war nicht unbedingt, oder? Das war nicht wichtig. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! Oh, frühe Kämmer, jetzt geht's ab! FC Ehrenlos! Aufst du Elite! Let's fucking go! Wer ist der erste Gegner? Ach, gar nix, ist nix für mich. Für FC Ehrenlos ist das nichts. Oh mein Gott! Yo, FC Ehrenlos wird belohnt! Alter, ich darf nicht sterben, nein, ich sterb nicht, Jungs! Es tut mir voll leid, jetzt zu sterben beim nächsten. Pille! Komm, jetzt, jetzt, jetzt kräuf den Muskel jetzt! Jawoll! Ich will das nicht machen, aber es ist asozial. Ich will das nicht machen, aber ihr habt gesagt, ich soll das machen. Oh Mann, das tut so weh, ich will das eigentlich nicht machen. Oh, ey, 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 war glückgehaft, Digga! Ey, das war nicht mein Fehler, ich wollte eigentlich durch... Ich wollte noch, äh, dabben, aber der Ramos ist dazwischen gekommen. Aber der Controller hat selbst schon kaputt gemacht. Der Controller hat selbst schon kaputt gemacht. Oh mein Gott, der Arme, Mann! Oh mein Gott, das klappt sogar noch! Okay. Okay. Oh, Van Dijk hat er! Oh mein Gott! Habt ihr das Tripling gesehen von Cruyff? Oh, Pille! Und ich muss das machen, Jungs! Hatet mich nicht dafür! Bitte hatet mich nicht dafür! Ihr habt alle gesagt, ich soll das machen! Hatet mich nicht dafür! Das ist so ehrenlos! Ja, guck mal, ich weiß nicht, was mit dem Gegner ist, aber ich glaube, sein Controller ist auch kaputt. Oh mein Gott, der Arme! Alter, das ist so asozial! Das ist so fucking asozial! Oh mein Gott! Perfekt! Ey, das ist die Meta, Jungs! Das ist die Meta, einfach! Der Arme, Digga! Guck mal, sein Team ist nicht mal krass! Der Arme, Digga! Oh mein Gott! Das ist schon scheiße, Digga! Aber... Oh, er wird schischen, er wird schischen! Er schischt nicht, Digga! Ach du Scheiße, ey! Ja, jetzt krieg ich Minus Karma! Minus Karma ist da! Jetzt schischt er, oder? Jetzt schischt er! Ne, ich schischt nicht, Digga! Minus Karma! Ich brauch lieber den hier! Das Meta schießen, Alter! Ich hab so viel Minus Karma! Was für Nachrichten ich bekomme! Alter! Junge, ich krieg ja... Ey, das ist ja voll schlimm, Alter! Da kriegen wir ja voll die Nachrichten! Ich hab fast... Ich hab fast meinen Kontrollern gemacht! Hä, was willst du denn mit reporten, Digga? Da juckt er einen Schwein, oder was? Wenn das einer... You... You cost me a controller, Digga! Der hat auch seinen Controller kaputt gemacht! Alter, jeder macht seinen Controller kaputt! Alter... Aber ohne Scheiß... Das ist ohne Scheiß der korrekteste von allen, der hier! Der war... Guck mal, wie der schreibt, Digga! So! Das ist das maximale Ehrenlose jetzt, was wir hier machen! Aber... Ihr wolltet die Challenge! Und ihr kriegt die! So, wir brauchen auch natürlich Campstar jetzt! So, jetzt gehen wir von Daik nun! Okay, gucken wir mal, wer der Gegner ist! I'm Fadget! Ist nicht so stark! Ist schon stark, aber auch nicht so krass, ne? Nein! Oh mein Gott! Voll, Digga! Besser ist, mein Freund! Waaaaaah! So, ich schischen! Komm, ich schisch einfach! Der hat verdient, Digga! Scheiß drauf! Ich schisch einfach! Einmal noch! Das ist der letzte, bei dem ich das mache! Das ist der letzte, okay? Bei dem ich das mache! Oh! Okay! Ein Storm! Ja, scheiß drauf! Das mache ich nicht! Was? Ich schischen sollen! Ich hätte schischen sollen hier, Alter! Ich hätte doch durchziehen sollen! Ja, das ist schon ehrenlos genug, Digga! Schon ehrenlos genug! Ja, ich habe auch keinen krassen Gegner getroffen, würde ich auch sagen! Das Team ist echt disgusting, Digga, ey! Scheiße! Ich wette, ich wette, mit der hätte ich geschischen und gedept, wäre der schon bei 2-0 rausgegangen, der Gegner! Wenn der jetzt rausgeht, wäre der auch beim geschischen und beim dead-0 früher rausgegangen! Ich hätte es eigentlich machen sollen, ey! Aber egal! Komm! Scheiß drauf! Elite 3, Jungs! Krass, Digga! Elite 3! Ungeschlagen heute bis jetzt! Der Run geht weiter mit FC ehrenlos! Oha! Der Gezogen, Alter! Der fucking Eusebio gezogen, der Crackhack! Oh shit, no! Richard Tryharder in sein München! Alter ist am Tryharder in sein München, Alter! Oh mein Gott, mein Freund, was machst du denn da? Zu viel Runden rumgespielt, glaub ich! Oh mein Freund, mein Freund! Ohhhh! Ohhhhhhhhh! Ja, Scheiß kann ich nix machen, ey! Oh mein Gott! Rolf, Digga! Deswegen kann ich nicht spielen! Ohhhh! Ohhhh! GLEET ALTO Was eine Scheiße, Digga. Scheiße, Maaan. Pfff, der Lacke, Alter. Ziga, ey, schieß auch immer perfekt, nie gegen den Pfosten, ne? Jawoll, Junge! Jawoll, Digga, ich kann's nicht immer perfekt gegen den Pfosten. Oh mein Gott! Alter, guck mal! Nein, 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 nein! Ende! Pfeift nicht ab! Ah, okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Let's f***ing go! Let's f***ing go, man! Let's f***ing go, man! FC Ehren los! Reise geht weiter, Jungs! FC Ehren los! Come on! Starkes Team, Mann! Digga, war ich Team Pressing angemacht, hab ich Idioten so. Digga, ich komm! Das ist ein Witz! Wie kommt der da durch? Der Dreckige, ey! Das ist so ein Dreckiger! Das ist original ehrenlos! Der Typ, der Typ ist ehrenlos, Digga! Der ist so ein Ehrenloser, Digga! Schade, guter Kampf, Jungs! Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall mit FC Ehrenlos! Aber, ja, der Typ! Gucken wir mal! Vielleicht für FC Ehrenlos Einen Spieler aus FC Ehrenlos wäre nice! Ja, als Nicht-Leich-Spieler wäre ganz nice! Irgendjemand aus FC Ehrenlos würde ich nehmen! Let's go, meine Freunde, zum Schluss! Das ist die Haufen der Kaffee! Du, wahn, hält sie so... Wie cool? Der Watt muss an der Starne... Wenn ich so jetzt zu... Gucken wir nicht! Ah, schade, egal jungs, egal, 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 egal.